Hallöchen, willkommen zum Part 22, meines Let's Play Left 4 Dead 2 Blight und unser Stargast heute ist Ayla Soon. Er, sie, es ist deutsch und... Ja, fangen wir einfach mal an. Entschuldigung, wenn so ein Rauschen im Hintergrund ist, wie immer mein behinderter Laptop, der so eine Lautstärke hat, dass ich am liebsten jedes Mal ausflippen würde, wenn ich ihn anschalte. Na scheiß drauf. Na, Virgil, ich gehe nicht weit, ich mache mich auf die Branche von hier. Wunderschön, wunderschön. Okay, laufen wir einfach mal los, ne? Wow, was zur Hölle? Hey, I'm reloaded. Yeah, man. Ich fühle mir das Lied vom Dode. I'm reloaded. Are you out of your mind shooting at me? Kannst du mich hören? Ja, ich kann dich hören. Habt ihr sie aufgehört? Ach, boah. Schocki. Danke. Ja, äh, ach Mist. Ich hab mir eigentlich vorgenommen, daraus ne Nachkampffolge zu machen. Naja, wie immer, nix draus geworden. Schick dich in die Hölle. Ach, ne, der wurde schon getötet. Ja, ist bitter. Gut. Äh, Charm, Charm, Charm. Hat mir nicht so viel gebracht. Na, komm ran. Ah nein, hier in der Gemeinde kommen doch diese Polizisten. Hi Swiss Rednecks. Sorry. Naja, haben wir die auch gekillt. Ich hab gar nicht mitgekriegt, dass die was gesagt hat. Aber ich hab nicht verstanden was. Ich hab nicht verstanden was. Ich hatte die Polizisten. Die gehen recht schwer tot. Boom besluten Hier durften Waffen Nummer weiter drin sein. In vielen Transporen sind Waffen... okay klingt nach einem Tank ich verwechsel immer Charger und Tank Geräusch macht aber gar nicht wir werden sehen was kommen wird ich hasse Boomer eigentlich hat sich die ganzen Spezialinfizierten den haben sie allen ins Gehirn geschissen immer schön dass hier noch welche dazukommen Leute Aweech Aweech ich will sie aktivieren Boom Headshot voll anstieg hier oh mein Gott danke we don't have time for this get up 1 Sekunde 1 Sekunde Oh, we gotta pull our shit together. Scheißen-Träg. Tut mir leid. Wir müssen doch mal nach nem Defibrillator suchen. Thanks. Ich nehm mal schnell dein Medi-Pack an mich. Da kann ich da noch nen Erfolg bekommen hier. Äh, 10 Sachen aufsammeln. Von, von Totenverbündeten. Wir beleben dich wieder. Keine Angst. Ready? Wie kann ich heilen? Wie bitte? Wie du heilen kannst? Äh. Äh, geht nicht mehr. Der ist tot. Also, wir müssen warten, bis wir nen Defibrillator bekommen. Dann können wir den heilen. Also, wiederbeleben. Dummes Stück Scheiße. Oh, gepackt. Oh, gepackt. Okay, dann sehen wir uns im Part 23 wieder. Tschüss. Der war ja kurz der Part. Hm. Undker. Der ist tot.